Ich besuche seit zweieinhalb Jahren das FDG und habe mich damals auch explizit für die Schule entschieden. Wir sind stolz auf die Vielfalt und die verschiedenen Lern- und Lebenskulturen, die hier unter einem Dach vereint sind und die eine respektvolle und ambitionierte Schulgemeinschaft bilden. Das FDG ist eine tolle Schule. Einer der Gründe, weshalb ich damals gewillt war, dieses reine Oberschul-Gymnasium zu wechseln, war die Tatsache, dass es eine so breite Fächerauswahl gibt. Beinahe jeder Leistungskurs, der existiert, wird an dieser Schule angeboten. Somit kann jeder Schüler sich freien Falten und seine Interessen verfolgen und vertiefen. Des Weiteren gibt es auch viele Grundkurse. Einer der Gründe dafür war, dass man hier ab der E-Phase Leistungsorientierungskurse belegen kann. Das heißt, man hat wirklich von Anfang an die Möglichkeit, sich mehr auf Fächer zu spezialisieren, die einem Spaß machen. Außerdem bekommt man so von Anfang an einen Einblick in das Kurssystem und hat auch die Möglichkeit, nach der E-Phase noch mal Kurse zu wechseln. Wir als neu gewählte SV sind zudem im Begriff, eine schulinterne Nachhilfe zu etablieren, um es Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, auch außerhalb der Unterrichtszeit unter Gleichaltrigen und Freunden zu lernen. Auch bietet die Studie die Möglichkeit, bilinguale Kurse in den Fächern Biologie, Geschichte und Physik zu belegen. Schüler, die sowohl ein fachliches als auch ein sprachliches Interesse haben, sind somit in guten Händen an dieser Schule. Um das digitale Lernen an der Schule zu fördern, haben wir mehrere Tablets für den Unterrichtseinsatz zur Verfügung. Außerdem sind alle Räume mit Beamern ausgestattet und einige mit Smartboards. Seit diesem Schuljahr nutzen wir auch das Schulportal Hessen und sind somit auch für einen eventuellen Distanzunterricht gut ausgestattet. Das FDG ist das größte der vier reinen Oberstufengymnasien in Frankfurt. Wir führen jährlich gut 200 junge Menschen erfolgreich durchs Abitur. Ich persönlich herze am Friedrich-Dessauer-Gymnasium, dass wir tagtäglich eine Vielzahl an Angeboten und AGs wahrnehmen können. Unter anderem der Europa AG, die Erasmus Plus AG, als auch die von der Schülerschaft etablierte Klima AG. Wir liegen im Frankfurter Westen, eingebettet in den sogenannten Höchster Schulverbund. Aber es kommen nicht nur Schülerinnen und Schüler von der Leibniz-Schule oder der Helene-Lange-Schule zu uns, sondern unser Einzugsgebiet ist im Prinzip ganz Frankfurt und auch der Main-Taunus-Kreis. Im Bereich der Berufs- und Studienorientierung haben wir noch die Kooperation mit der Goethe-Universität für die Schnuppertage und die Bundesagentur für Arbeit, die bei uns eine individuelle Berufs- und Studienberatung im Haus anbietet. All diese Projekte zeigen, dass FDG bietet Raum für Selbstentfaltung. Wir freuen uns auf euch! Die Projekte, die im Haus anbietet, haben wir noch gegen den Zweck gegeben. Wir führen auf die Zeit, wenn das Verstuhl wann делают, dann können wir uns auf die letzten Zeit, um auf die Erde, werdeInnen und in der Umwelt. Wir kommen den Zweck, die vor allem gerade auf das, die Zeit zu machen. Geah-Universität, die mit der Abwahrung rausfassend ist und das Wasser überhaupt nicht partnerschichten, dem Weg lernen. Wir suchen die Einzugsgeistens. Vielen Dank.